Die Mission heute ist es in den Nether zu kommen und dazu habe ich jetzt schon mal ein bisschen Holz hier abgebaut. Also ich frage mich, ob ich es schaffe in den Nether zu kommen. Ich habe Holz abgebaut, weil den brauche ich eigentlich gar nicht für den Nether. Aber ich werde mich hier an dieser Stelle straight runtergraben, weil dann sollte ich in der Theorie unten bei der Lava rauskommen, damit ich das Obsidian abbauen kann und mir hier oben das Portal bauen kann. Ja, ich werde mich straight runtergraben und aus dem hier werde ich mir Leitern machen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Allerdings behalte ich mein wichtiges Zeug hier in der Kiste. Bevor ich allerdings unter die Erde gehe, mache ich jetzt folgenden Erfolg noch. Und zwar gehe ich hin und hole mir da so ein paar Blumen, weil ich möchte ja auch die Bienenerfolge machen. Deswegen brauche ich ein paar Blümchen und die setze ich da hin, die reiße ich wieder ab, weil man bekommt einen Baum mit einem Bienennest, wenn das hier vorne dran wächst. Also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Und da gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ich stelle hier mal ein paar auf. Aber jetzt lege ich los mit dem geradeaus runtergraben. Oh Gott, das wird was, ne? Weil ich sehe mich schon tot. Ich glaube, ich habe aus der ganzen Sache nichts gelernt, weil ich mache jetzt gerade so weiter. So, ich bin beim Bedrock angekommen, aber ich muss auf Höhe 58, um zu meinem Gang zu kommen. Irgendwo hier. Ja! Ich habe meinen Gang gefunden. Ich fasse es nicht. Nice! Das heißt, ich habe jetzt direkten Kontakt von der Oberfläche bis hier runter. Das Erste, was ich mache, ist das hier, weil hier sind meine Diamanten, die ich noch nicht mitgenommen hatte vom letzten Mal. Nice! Und dann habe ich irgendwo noch einen Diamanten. Hier. Nice! Den kann ich jetzt auch holen. Oh, perfekt! Alter, sind das viele! Das sind richtig viele! Oh mein Gott, ey! Jetzt Achtung, wie viele habe ich? Ich habe neun Stück. Das ist echt blendend. Das ist richtig gut. Ich werde jetzt wieder jetzt erstmal die Leiter hochbauen und dann mit der Dia Pickaxe runterkommen, damit wir da hinten die Obsidian abbauen. Die letzten Leitern sind gecraftet. Und jetzt heißt es ab an die Oberfläche. Wuhu! Und jetzt die letzten Meter. Perfekt! Wir sind draußen! Da hinten ist ein Baum gewachsen. Ist ne Honigdings dran? Nein, ist es nicht. Übrigens habe ich ein bisschen geangelt. Zwei Fisch. Äh, oh, die wurden nicht durchgebraten. Ja Mist, ne? Äh, 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 äh. Mach ich mal das Holz da rein, weil die brauchen ein bisschen Essen. Finally unten angekommen, kann ich mich jetzt um das hier kümmern. Und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, ob das überhaupt genug Laberblöcke sind. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Wie viele brauche ich? Ich brauche, warte, auf jeden Fall 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, das sind das schon mal. Sechs, acht. Ja gut, kriegen wir hin. So, zack. Oh, der Fisch. Oh nein, der Fisch. Oh, den habe ich ertrinken lassen fast. Egal. Oh, darunter ist noch mehr Lava. Ähm. Das sollte ich auf jeden Fall aufpassen, dass mir das Obsidian nicht verbrennt. Dann machen wir einfach so. Ja, Fisch. Es ist irgendwie, na, es ist irgendwie doof, aber ich baue jetzt das ganze Obsidian ab. Oh nein, Fisch. Fisch, was machst du? Er ist doch so doof. Er ist doch, er ist... Eine Schweigeminute für Fisch. Der wird jetzt sterben. Ciao. Ja, die Leiche, die lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Egal, jetzt Obsidian. Let's go. Ich habe die 10 Obsidian und jetzt bauen wir oben das Portal. Dann haben wir unseren ersten Erfolg. Also, für diese Folge. Die Frage ist, wo baue ich das Portal hin? Und die andere Frage ist, wo ist mein Feuerzeug? Oh, nee. Ich habe noch Flint. Äh, ich muss mir ein Feuerzeug erst machen. Ich baue... Ah, ich wollte mich gerade beschweren. Ich baue schon so lange Flint ab und bekomme nichts. Egal, hier, Feuerzeug. Ich muss jetzt mein Portal bauen. Lalalala. Ich bin so gespannt, wie der Nether-Spawn aussehen wird. Ich bin richtig gespannt. Ich baue das jetzt nämlich hier auf, das Portal. Da kommen zwei Obsidianen rein. Also, eins, zwei und dann eins, zwei, drei. Dann, äh, da drüben nochmal. Eins, zwei, drei. Dann haben wir einmal hier... Nehmen wir einfach Deep Slate hier hin. Ist das ein Mini-Zombie? Ja, ciao. Kollege? Nein. Ich baue gerade mein Nether-Portal. Eins, zwei. Und wir zünden an. Bam. Und wir gehen jetzt rein und vergrößern die Border mit unserem Erfolg. Let's go. Ey, bitte lass nicht so viele Picklings da sein. Ich habe kein... Oh Gott, ich hätte mein Goldzeug anziehen sollen. Ich habe kein Goldzeug. Aber ich hätte trotzdem... Äh... Oh Gott. Oh Gott, was ist das für ein Spawn? Der Spawn ist verdammt böse. Wobei, hier können eigentlich Picklings spawnen. Oh, nee. Da ist eine Festung. Ich bin so nah an einer Festung gespawnt. Ich fasse es nicht. Aber ich habe jetzt hier den Erfolg. Nether und We Need To Go Deeper. Habe ich den jetzt auch hier durch freigeschalten. Sehr schön. Also ein bisschen was habe ich freigeschalten. Ich brauche aber... Oh, das sind die... Ne. Ne, ich ärgere mich gerade so, dass es so weit weg ist von der Festung. Da hätte ich die ganzen Brauerfolge und so weiter machen können. Aber den Garsterfolg, den kriege ich ja hier nie hin. Das ist ein... Das ist richtig böse. Ich bin hier auf Höhe 77. Ich kann versuchen, irgendwie an Netherite zu kommen oder so. Oh, das wird... Das wird einfach nur wild. Ich sehe gerade, da hinten ist ein Pickling gespawnt. Was ist da der Erfolg? Äh, 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 äh. Distract Picklings with Gold. Äh, mit O-Shiny. Ich brauche einen Goldbarren dafür. Äh, wenn ich ihn in die Oberwelt locke, dann wird er zu einem Zocklin. Ne, Zick-Zock... Ihr wisst, was ich meine. Geht's hier hin? Nein, 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 nein. Ich mach den gefangen. Ist er jetzt... Er ist in die Oberwelt gelatscht. Oh, nee. Was können die eigentlich? Komm, komm, hier. Komm. Nein, er ist schon einer. Er ist schon einer von denen. Egal. Das, äh, greide ich mir jetzt einfach auch als Erfolg an. Ich werde den, ähm... Ähm, wie soll ich sagen? Ich werde den einfach in ein Boot setzen. Das ist jetzt mein Maskottchen. Freunde, ich hab ein Problem. Der ist außerhalb der Border. Oh, ich bin auch außerhalb der Border. Äh, das geht. Warum, weiß ich nicht. Ich kann ihm... Das ist jetzt sehr seltsam. Egal. Ich hab ihn gesaved. Und ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wie der heißen soll. Vielleicht finden wir ein Name Tag. Und ich kann damit was anfangen. Ich hab auf jeden Fall die Welt hier erweitert. Wie ihr sehen könnt, das da war ja direkt an der Grenze. Jetzt sind wir eins weiter. Um aber noch weiter zu kommen, brauche ich jetzt Gold. Und hoffen, dass ein Picklin da spawnen. Und dann kann ich weitermachen. Ich muss jetzt noch auch auf die Bienen hoffen, um Bienenerfolge zu machen und so weiter. Also jetzt, jetzt wird's alles so eine Frage der Zeit. Aber ich bin guter Dinge. Auf der Erfolgsleiter ist jetzt auf jeden Fall, we need to go deeper. Verewigt. Das ist auch schon mal ein weiterer Erfolg. Sehr schön. Mein Gold ist fertig. Ich mach mir jetzt mal das Goldrüstungsteil mit den wenigsten Kosten. Damit ich mich nicht gleich angreifen. Und ich geh mit Gold in Getrein, um zu handeln. In der Hoffnung. Der Picklin. Also ich weiß nicht, dieses Winnie-Oh-Shiny, ob das direkt der Trade ist. Oder ob das einen, der Erfolg ist, einen zu, wie heißt's, ähm, wenn der Agro ist, dass ich das dem geben muss, um ihn zu beruhigen. Das weiß ich nicht. Weil er gerade gar nix spawnt. Geh ich jetzt hin und buddel mich. Einfach mal so ein bisschen in die Tiefe. In der Hoffnung vielleicht. Warte mal, ich nutze nicht die Diapicker ab. Äh, in der Hoffnung vielleicht tiefer zu kommen und Ancient Debris zu finden oder so. Gucken wir mal. Oh, Gold. Oh, da geht's noch einmal tiefer runter. Finde ich jetzt aber nicht verkehrt, weil... Da unten ist Platz und vielleicht bin ich da ein Picklin. Äh, wir machen eins, zwei, drei, hopp. Weil dann kann ich mich eh nachher später hochbauen. Okay, wir haben hier einmal einen Picklin, wie ich sehe. Und, oha, oha, hier geht's tiefer runter. Der Picklin ist nicht sauer auf mich. Das ist auch okay für mich. Wir machen einmal das da. Jetzt schießt er. Ich gebe ihm das. Ja, Erfolg. Oh, Shiny. Dann ziehe ich mich an. Und jetzt gucken, was er mir gibt. Was gibt er mir? Oh, was? Direkt zwei Erfolge mit Who is cutting Onions? Oh, nice. Direkt um zwei Blöcke erweitert. Ey, das hat sich jetzt gelohnt. Das hat sich mega gelohnt. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier einen großen Nachteil. Und zwar komme ich hier gerade nicht tiefer, weil, ja, da ist ein Lavasee. Jetzt muss ich halt gucken. Da unten ist Kies. Das ist sehr gut, weil dann kann ich hier schön runtergehen und mir kann nichts passieren, wenn ich das hier so mache. Dann bin ich nämlich einmal hier. Und jetzt kann ich mich hier runtergraben auf Höhe von Ancient Debris. Ich habe jetzt eine Planänderung. Ich möchte nicht meine ganze Dia-Picke jetzt dafür nutzen, um unten das Ancient Debris zu finden. Das mache ich jetzt einfach immer mal wieder. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen traden, weil ich kann mit sechs Stück davon einen Respawn-Anchor machen. Ich habe auch gesehen, ich habe oben Clothstone. Jetzt gucke ich mal, was ich so rausgetradet bekomme bei den Picklins hier. Einmal, zweimal. Bitte werft das Zeug zu mir und nicht über die Border. Normales Obsidian. Oh Mann. Oh, Crying Obsidian. Nice. Nochmal, komm. Komm, werft mir nochmal was Gutes zu. Brauernert. Oh, nochmal Obsidian. Oh, und was ist das? Ein Fläschchen. Ein Fläschchen. Aber das hätte ich auch aus Sand machen können. Na? Nochmal, kommt her. Ihr Wilden. Kommt. Hallo. So. Oh, so Chloin-Pfeile. Die brauche ich eigentlich nicht. Oh, Strings. Als ob. Die brauche ich. Für ein Bett endlich mal. Sechs Stück. Damit kann ich was anfangen tatsächlich. Ich bräuchte nochmal ein paar. Hallo? Oh, Soul Sand. Ah, das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Weil. Soul Sand kann ich so eine Wasserfontäne machen. Damit es mich nach oben blubbert. Wenn ich von ganz unten nach oben will. Das merke ich mir. So, Alter. Da sind sie wieder. Hier, komm. Einmal bitte. Das Crying Obsidian. Danke. Danke. Nein. Ich hab Leder. Oh, damit kann ich ein Buch machen. Aber ich hab keine. Keine. Oh, nee. Das bringt nichts. Na, Strings ist nicht schlecht. Ja, ich kann mir ein Bett machen. Ich fasse es nicht. Ich kann mir ein Bett machen. 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 Jetzt ist alles egal. Jetzt wird ein Bett gemacht. Oha. Ab nach oben. Irgendwie. Hab ich noch Leitern. Neun Stück. Das reicht aber wahrscheinlich. Ne. Ich muss wieder hoch. Da glänzt mein Portal. Ist erstmal noch ein Lackage. What the fucking cast? Als ob. Als ob. Als ob. Als ob. Easy. 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 Nice. 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 Alter. Feier ich derbe diesen Erfolg gerade. Alter. Wie cool. Das musst du dir geben. Ich komm hoch. Um den Schlaferfolg zu machen. Und ich mach einfach den Return to Sender. Oh mein Gott. Ey. Jetzt muss ich hier erstmal die Lage checken. Ich muss mir auch noch ein Bett machen. Und dann drin schlafen. Und dann hab ich den Erfolg auch noch. Äh. Wait, wait, wait. Ich hab hier Holz. Äh. Das Kies brauch ich alles nicht. Wir machen einmal das hier. Dass ich hier Wolle hab. Das da weg. Einmal das da. Einmal das da. Bad, bad. Nice. Und dann, äh. Stell ich das hier auf. Und mein Schlaferfolg wird auch noch. Äh. Nein. Ich muss drin liegen, oder? In der Zeit baue ich schon mal auf. Hier den Erfolg namens Oh Shiny. Und den Erfolg Who is cutting onions. Und den Erfolg Return to Sender. Und als nächstes kommt jetzt noch der Schlaferfolg. Ich hoffe, dass es klar geht, Mann. Alter, wie groß die Welt schon geworden ist. Ich guck mal einen Minenschacht, ob da noch was passiert ist. So, Hallöchen Minenschacht. Geht's bei dir da hinten weiter? Wenn ja, wohin? Alter, wie weit der Schlafer? Was ist da los? Was gibt's hier so? Da ist ein... Oh, nee. Das wäre auch cool. Jetzt ist es aber Nacht. Jetzt kann ich den Erfolg machen, oder? Yes. Sweet Dreams. Bam. Den hätten wir. Äh. Und dann würde ich sagen, äh. Machen wir den da oben noch hin. Es ist übrigens kein Baum mit einer Biene gewachsen. Schade. Das muss ich auf jeden Fall noch forcieren. Deswegen platzieren wir hier wieder ein paar Bäume. Mit Blumen vorne dran. Weil so unwahrscheinlich ist das eigentlich gar nicht. Sweet Dreams wurde jetzt noch hinzugefügt. Ich habe gerade noch beschlossen zu versuchen, mehr Gold zu bekommen. Und das mache ich, indem ich jetzt hingehe und hier reingehe. Und erst mal das da mache und, äh, das da mache und dann den da boxe. Jetzt müssten alle hierher kommen. Oh, von hinten zu machen. Dann sollte ich so an mehr Gold kommen. Wir probieren's. Oh, ich versuche die alle hier auf den Block zu bringen. Mal gucken, ob das klappt. Achtung. Ja, kommt. Ja, es funktioniert. Gibt XP. Und es gibt eventuell Gold, was ich dann wieder vertreten kann. Wow. Okay, es sind immer viele. Ich stack mich kurz hoch. Uiuiui. Ah, doch, es sind noch ein paar. Moment. Ja, geht ihr in die Oberwelt? So. Bitteschön, ihr alle. Naja, ich würde an der Stelle sagen, ich werde weiterhin, äh, Gold versuchen zu farmen und dieses, äh, Crying Obsidian. Weil dann kann ich den nächsten Erfolg machen. Naja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Hau da rein und ciao.